End-to-end Arguments and System Design. Moin, ich bin Jakob. Genau, ich mag ein Paper. Das ist das Paper. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist von Personen, die Salsa, Reed und Clark heißen oder hießen vielleicht. Ich weiß nicht. Das ist so von 1981. Man kann es immer noch sehr gut im Internet finden. Die Ideen dahinter sind noch älter, sagt die Wikipedia. Die gehören vielleicht schon so 1960 hin. Paul Baran und Luis Pausin haben damals über Packet-Switch-Networks nachgedacht und Ideen versucht festzuhalten. Und dieses Paper geht in eine ähnliche Richtung. Genau, ihr kennt das mit diesem Internet. Ihr habt irgendwie einen Haufen Dinge, die versuchen miteinander zu reden über alle möglichen Dinge, die in der Mitte sind. Und dann ist Komplexität. Und die Frage ist irgendwie immer so ein bisschen, wie viel Komplexität muss hier so in der Mitte passieren? Wie viel Komplexität kann außen hin? Und das Paper nimmt als Beispiel dazu Careful File Transfer. Also eine Datei soll übertragen werden, so von einem Rechner zu einem anderen, übers Netzwerk. Und wir wollen das gut und richtig machen. Und dann gibt es Probleme. Die Datei muss irgendwie gelesen werden, durchs Netzwerk, durch, da wieder geschrieben. Das Lesen kann schon viel schlagen. Vielleicht haben wir Probleme mit unserer Software, mit dem Dateisystem, mit den Festplatten, mit dem Betriebssystem, mit allem. Dann das Netzwerk kann schief gehen, das Schreiben kann schief gehen. Wir können irgendwie alles Mögliche durcheinander bringen. Und natürlich kann alles die ganze Zeit abstürzen. Und dann ist das alles sehr ärgerlich. Und dann wird gerne vorgeschlagen, ja, genau, das Netzwerk, das ist die beste Stelle, um die ganzen Probleme zu lösen. Da können wir toll darauf achten, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen oder dass die Daten in Paketen ankommen, die den korrekten Inhalt haben. Und wenn wir nur genug Netzwerkschlauigkeit auf das Problem werfen, dann ist das sowas von gelöst. Dann ist gar nichts mehr übrig. Das ist dann so ein Gedanke, der vielleicht kommt. Und das Problem reicht aber leider von Ende zu Ende. Also das Netzwerk hilft uns nicht, wenn wir abstürzende Betriebssysteme haben und kann leider nicht gut gucken, ob wir das im Dateisystem tatsächlich richtig hingeschrieben haben und so. Und das Netzwerk kehrt auch manchmal einfach nicht. Also wenn irgendwie so ein Rechner aus und angeht, dann ist das dem Netzwerk oft herzlich egal. Das funktioniert einfach sehr gut weiter. Es ist auch cool, dass das Netzwerk das macht. Aber das, genau, und das ist das Problem. Das reicht von Ende zu Ende. Und das sorgt dafür, dass das Lösen des Problems sich auch zu den Enden verschieben muss, wenn wir es in gewisser Hinsicht angehen. Also dieses Ganze auf Netzwerkebene drüber nachdenken ist irgendwie cool. Vielleicht, weil wir Performance dadurch kriegen und irgendwie so schwierige Abschnitte vielleicht dann nicht jedes Mal neu gelöst werden müssen, sondern wiederverwendet werden können. Aber so dieses, habe ich irgendwie schon Teil einer Datei richtig über das Netzwerk bis zum anderen Ende und aufs Dateisystem gekriegt, das wird man auf Applikationsebene nicht los und muss es da trotzdem betüteln. Und also das ist sozusagen, genau. Und warum ist das eigentlich so schwer? Weil State schwer ist. Verteilter State ist noch schwerer und rauszukriegen, wer gerade was über was anderes denkt, erst recht, wenn sich das darüber Nachgedachte auch noch ändert, ist halt schwierig. Und häufig gibt es also irgendwie, wenn wir so Systeme oder Software bauen, so dieses, wir haben ein neues Feature, wo soll das hin Problem. Und wenn es so um Sicherheit oder Verlässlichkeit oder auch um Endlager für Zustand geht, dann ist es vielleicht eine gute Idee, in Erwägung zu ziehen, außen, ans Ende vom System. So die Mitten eines Systems, die Teile, die sowieso mit allen reden, die sind vielleicht richtig toll, wenn die verlässlich sind und da sind und so. Aber vielleicht ist es cool, wenn wir diese State-Komplexität an den Enden bedenken und so. Und das ist schon das ganze Ding hinter diesem End-to-End-Principle. Manchmal heißt das auch, genau, End-to-End-Arguments oder End-to-End-Concept. Das ist schon das ganze Ding. Und das fand ich ein angenehmes Paper und dachte, ich nenne das mal kurz. Danke. Das ist schon der Stand. Applaus Und das ist schon der Stand. Danke. 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 Vielen Dank.